I hate Plastic. It's time to realize I hate Plastic. Herzlich willkommen beim Jumpy Video. Heute mit dabei die liebe ich Bella. Hallo. Und die liebe andere Nikki. Hallo. Ja, und wir reiten heute das New Hillcrest Championat. Ganz genau. Diese Stelle. Ist das geil. Egal. Wir beide machen auf jeden Fall das New Hillcrest Championat. Unsere bessere Hälfte im Background moderiert uns ein bisschen. Hallo. Ich sehe zwar nicht, was sie tun, aber ich werde es kommentieren. Ja, die liebe Nikki sitzt auf jeden Fall auf ihrem wunderschönen Lipizzaner. Und ich sitze heute mal auf meinem Achal-Tekina. Der kommt auch mal an die Reihe. Ich werde einfach mal sagen, wenn jetzt nicht zwischendurch was Witziges passiert, spülen wir einfach dann mal auf dem Start vor. Und sagen wir es gleich, oder? Nach einem kurzen Cut geht es dann auch schon los. Tschi-tschuu. Und es geht los. Und es geht los. Und da sind wir silberhunter. Isabel. Ja. Ja. Warte. Blue Wave. Ja. wir sind schon im ziel ja glaube ich ja sie reiten reiten geschwind reiten um die kur war weil er reißt gleich die bäume mit erstaunlich oder ja es sind bb und tina auf amadeus und sabrina und so muss jetzt nicht rein schreiben video mit werbung so weil du hast jetzt gerade was genannt was das war ein lied ein song sprachgesang das war holz es war wieder mal holz nicht kann ich ja jetzt die mörderische abkürzung hier nehmen sie nimmt eine abkürzung von platz 4 auf platz 5 und die bella hat auch ein fehler begangen und ist auch einen schritt zurückgegangen meine damen und herren wir können es nicht glauben wir können es wirklich nicht glauben die beiden champions sind heute nicht gut schlecht heute sind sehr schlecht ich muss es doch gut verkaufen setzen sie alle star coins auf isabel blue wave und elena silver hunter da kann nichts schief gehen meine damen und herren da kann nichts tief gehen ja bitte ich brauche ein neues pferd oh gott isabel blue wave merkt gerade dass sie alle halte kina ich kann diesen namen nicht aussprechen doch nicht so super ist wie sie dachte platz drei nimmt sie schon wieder das ich glaube ich werde nicht mehr es ist doch gar nicht mehr weihnachten absehen und sie ist absehen aber bella hat es geschafft diese lange pause dazwischen weil das bella blue wave sein müssen wir dann eifeln die heißt nicht bella blue die besten reiterinnen nikki hat heute leider keinen guten tag das pony war heute endlich war wieder die schleife und das mit einer reite china im new request jumpy ich glaub's ja nicht so lisa pretty game auf platz 1 jennifer tulip hope tulip hope und platz 3 eine komische bella herzlichen glückwunsch auf jeden fall auf platz 4 bow candle learn samira diamond stone scarlet wailpot valentina sandhart avis pineforce lucia eagle web elena silver hunter auf platz 10 max silverpeak anna tulip snake sandy dolphin fisch julia monsterport hier auf platz 15 was war denn los und das grayway fiona diamond moore leila flower hope betra mit b krass okay blum die betra die betra sorry betra äh betra blue berry hunter das macht alle kippe weil tief luft holen tief luft holen okay den letzten namen konnte ich jetzt nicht mehr vorlesen hey warte mal leila ist auch hier die war aber nicht in der liste drin so dann holen wir uns mal die schleife vom dritten platz ab wo mein tickes brot ab weißt du noch leila sich das erste championat mitgemacht habe ich wurde dritter und wollte unbedingt aber nicht in den top 3 kommen weil ich unbedingt schillinge haben wollte das war mies das war so mies kann sich halt schleife auch verkaufen hast auch schillinge so meine damen und herren hier sehen sie die bronzeschleife vom new request championat ein bronzefarbenes hufeisen mit einem pferd innen drinne und zwei roten bändern und einem weißen bitteschön dankeschön ich habe angefangen pia hat eigentlich angefangen pia beendet das video meine damen und herren wir haben gerade ein wunderschönes championat gesehen lea heute leider nicht so gut drauf bella hat wieder natürlich alles gerissen wie immer es war super ich wünsche ihnen allen eine schöne nacht einen tollen tag und bleiben sie gesund und ich hoffe wir sehen uns bald wieder im neuen championats video von tasty und nikki und nikki das ist mein erstes mal wir sehen und bleiben sie fresh ist